Ein Philosoph hat einmal gesagt, Berge sind der Anfang und das Ende einer jeden Landschaft. Und wenn man sich diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lässt, dann steckt da ganz viel Weisheit drin. Und wenn man so die Gebirge betrachtet, mit diesem philosophischen Hintergrund, dann bekommt man, glaube ich, einen ganz anderen Blick auf die Berge. Die Berge können den Menschen helfen, indem, dass der Mensch in den Bergen bewusst wird, welche Stellung er auf diesem Planeten hat, welche Rolle er auf dem Planeten hat. Es ist in den letzten Jahren leider der Trend zu verzeichnen, dass die Berge mehr oder weniger zum Spielgerät degradiert werden, dass sie nicht mehr ernst genommen werden. Ich glaube, Berge sollte man schon mit Ehrfurcht begegnen. Im Endeffekt ziehen wir kleinen Menschen immer den Kürzeren, wenn es um Naturgewalten in den Bergen geht. Mit alten technischen Mitteln können wir den Berg nur zeitweise bezwingen. Es wird nie möglich sein, dass wir dauerhaft in diesen, anführungszeichen, lebensfeindlichen Hochgebirgsregionen siedeln, ohne dass wir entsprechende Schutzmaßnahmen haben. Und es ist auch beim Bergsport so oder bei jeder Tätigkeit im Gebirge, das heißt Wandern, Skifahren, Bergsteigen. Die Menschen sollten ein bisschen Ehrfurcht haben von dem Berg und dann kann der Berg ihnen auch einiges zurückgeben, einiges an Kraft zurückgeben. Sie werden, glaube ich, wieder eingedordet oder man wird wieder eingedordet, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wenn man auf den Berg steigt, wenn man die Mühen, die Anstrengungen des Aufstiegs auf sich nimmt, dann merkt man relativ schnell wieder, was wichtig im Leben ist. Und dass die großen Probleme unten im Tal am Gipfel oben ganz klein werden. Berge haben für mich als Landschaft den Reiz, dass sie extrem sind. Ich liebe extreme Landschaften. Ich liebe Landschaften, die Weite zeigen, die große Unberührtheit zeigen und die einen extremen Charakter haben. Und zu diesen Landschaften gehören naturgemäß natürlich auch die Gebirge. Und als Filmemacher sind für mich Gebirgslandschaften insofern interessant, dass sie sich optisch natürlich viel leichter dramatisch und spektakulär in Szene setzen lassen und auch für den Kameramann einfach viel mehr Möglichkeiten der Gestaltung bieten. Ich hatte ja das Vergnügen, dass ich ein Jahr lang am Arber unterwegs sein durfte mit der Kamera. Ich habe den Arber erlebt bei Topwetter. Ich habe den Arber erlebt bei Schneesturm. Ich habe die Arber Mandel gesehen. Ich habe die Urwaldgebiete am Arber gesehen. Ich habe die riesigen, grandiosen Wasserfälle im Frühjahr gesehen, die Risslochwasserfälle, die verblüffenderweise sehr unbekannt sind, wie auch viele andere Ecken am Arber. Unheimlich bekannt sind die Skigebiete und sonstige Tummelplätze und Spielplätze für die Leute, für die Massen, was ich sehr schade finde, weil die eigentlich schönen Seiten am Arber völlig übersehen werden. Und selbst wenn die schönen Seiten nur drei Meter neben dem Weg sind, dann gehen die Leute wie mit Scheuklappen über die Wanderwege und kriegen eigentlich überhaupt nichts mit. Wie fantastisch die Natur dort ist. Ganz im Gegenteil, sie stören dann eigentlich mit ihrer Anwesenheit die Natur. Da muss man sich dann schon fragen, was das soll und was das für eine Art von Freizeitbetätigung ist, wo die Leute nichts davon haben, aber mit ihrer Anwesenheit eigentlich die ganze Sache stören. Für mich ist der Arber insofern auch etwas Besonderes. Er ist natürlich der höchste Berg im Bayerischen Wald. Aber er hat durch seine Geografie, durch seine klimatischen Besonderheiten, durch seine faunistischen und floristischen Highlights schon eine Sonderrolle. Kein anderer Berg im Bayerischen Wald hat auf so engem Punkt diese Variabilität, diese Vielfalt an Leben, an Lebensräumen. Und das macht ihn natürlich, obwohl der Nationalpark Bayerischer Wald ja nur einen Steinwurf entfernt ist, eigentlich auf der anderen Talseite, findet man doch am Arber, also am großen Arber, doch Lebensräume und Tiere und Pflanzen, die es drüben im Nationalpark so gar nicht gibt. Der Bayerischen Wald unterscheidet von den Alpen zum Beispiel, dass er natürlich von der Geografie her nicht die Dramatik hat, wie jetzt die Zentralalpen. Natürlich erreichen die Gipfel im Bayerischen Wald nicht die dramatischen Höhen, wie in den Hochlagen der Alpen. Aber das ist kein Makel aus meiner Sicht. Der Bayerische Wald kann andere Highlights vorweisen. Im Bayerischen Wald liegen die Kleinode, die Naturschätze mehr im Verborgenen. Man muss sich mehr Mühe geben, um diese Schätze zu entdecken, wobei man braucht auch Mühe, um im Hochgebirge zu den entsprechenden Naturschätzen zu gelangen. Man muss einfach dann stundenlang gehen. Im Bayerischen Wald ist das mit dem Gehen nicht ganz so schlimm, aber sie liegen durch die Dichte Vegetation mehr im Verborgenen und sind auch nicht so offensichtlich. Im Hochgebirge siehst du die Steinböcke, die Gämsen und so weiter. Das siehst du von einem Gipfel in das andere Kar hinein auf einen Kilometer Entfernung. Das ist im Bayerischen Wald einfach durch die Dichte Vegetation nicht möglich. Das heißt, es kann sein, du gehst durch den Wald und hinter dem nächsten Baum sitzt irgendein Wiesel, irgendein Hermelin oder huscht ein Fischotter durch irgendein Gewässer davon. Dem großen Arber wünsche ich für die Zukunft, dass die touristische Erschließung langsam, aber sicher dem Ende zugeht beziehungsweise eigentlich sofort aufhören müsste. Es wird ein positiver Effekt des Klimawandels werden für die nächsten fünf bis zehn Jahre, dass sich der Skitrubel am Arber sowieso erledigt, auch mit noch so massiven Schneekanoneneinsatz. Das ist in Anführungszeichen leider die positive Konsequenz des Klimawandels. Vermutlich werden aber die Menschen wieder so schlau sein, in Anführungszeichen, dass sie irgendwas anderes finden, um den Arber touristisch niederzumachen. Ein gutes Negativbeispiel ist ja der Drehbootrummelplatz am großen Arbersee, der überhaupt nicht nachvollziehbar ist wie in einem Naturschutzgebiet und einem See, der seit 10.000 Jahren ruhig und still vor sich hin da liegt, warum hier dann die Leute mit dem Drehboot rumeiern müssen und nicht einfach diese Ruhe und diese Stille und auch diese Würde, die dieser See ausstrahlt, genießen können. Also ich würde dem Arber auch wünschen, dass die Leute, die ihn besuchen, genügend Ehrfurcht mitbringen, dass sie wissen, was das für ein besonderer Berg ist und was das für eine besondere Natur ist. Ich hoffe, dass mein Film über den großen Arber dazu beiträgt, den Leuten die Augen zu öffnen, dass es eben nicht nur ein Rummelplatz ist, nicht nur ein Aussichtsberg, ein wunderschöner Aussichtsberg zugegeben, aber dass man auch hin und wieder nicht den Blick nur in die Ferne schweifen lassen sollte, sondern auch mal den Blick vor seine Füße werfen und dort die wahren Schätze der Natur zu entdecken. Um dort die wahren Schätze der Natur zu entdecken.